Hey, was geht hier vor? Was hat das zu bedeuten? Jesus von Nazareth geht vorüber. Jesus! Jesus! Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Was soll ich für dich tun? Ich möchte wiedersehen, Herr. Du sollst wiedersehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Gepriesen sei Gott. Ich kann sehen. Aus sorrow. Ich kann sehen. Und da.